Der Nahrungsmittelpreisindex Bei den essentiellen Lebensmitteln Für Reis und Getreide betrug die Steigerung sogar 126 Prozent Nachdem die Preise daraufhin gefallen waren, steigen sie inzwischen wieder stark an und haben zu Beginn 2011 erneut die Höhe von 2008 erreicht Am härtesten betroffen von diesen Preisanstiegen sind die Entwicklungs- und Schwellenländer Während ein durchschnittlicher Haushalt in einem Industrieland ca. 10 bis 20 Prozent für Nahrungsmittel ausgibt sind es 60 bis 80 Prozent in Haushalten von weniger entwickelten Ländern Dementsprechend sind Preisänderungen in solchen Ländern viel gravierender Die Preissteigerung um 71 Prozent bei Grundnahrungsmitteln würde demnach in einem industriellen Haushalt zu ca. 10 Prozent Mehrausgaben führen Ein Entwicklungshaushalt wäre mit knapp 50 Prozent Mehrausgaben belastet Für die Nahrungsmittelpreisspitze 2007-2008 werden folgende Gründe häufig genannt Steigende Nachfrage Der Verfall des Dollarkurses Vernachlässigung der Landwirtschaft Exportbeschränkungen in wichtigen Erzeugerländern Produktion von Biotreibstoffen Schlechte Öl- und Düngemittelpreise Schlechte Ernten Der aktuelle Preisanstieg erklärt sich zunächst durch die Ernteausfälle der letzten Monate in Russland, Australien und anderen Erzeugerländern Doch die extremen Preisspitzen lassen sich durch die genannten Faktoren allein nicht erklären Hierfür nennen viele Beobachter einen weiteren Faktor Die immer stärker ausufernde Spekulation auf den Rohstoffmärkten Nahrungsmittel werden auf dem Markt nicht nur direkt gekauft und verkauft sondern es gibt den sogenannten Terminmarkt auf dem zukünftige Ernten gehandelt werden Ein Bauer, der nicht weiß, was seine Ernte im nächsten Jahr wert sein wird kann sich am Terminmarkt gegen Preisschwankungen absichern Dabei kann im einfachsten Fall der Bauer mit einem Müller einen bestimmten Preis und ein zukünftiges Lieferdatum vertraglich festhalten Diese Terminverträge heißen an der Börse Futures Außerhalb nennen sie sich Forwards Damit Bauer und Müller es leichter haben, am Terminmarkt zu handeln gibt es Zwischenhändler, die dann wie eine Art Absicherer agieren Sie wenden sich beispielsweise an den Bauern und bieten ihm an die Verluste zu übernehmen, sollte der Preis für Getreide deutlich sinken Sollte er jedoch deutlich steigen, so geht der Gewinn an den Spekulanten Außerdem lässt er sich eine Gebühr für seine Arbeit und sein Risiko vom Bauern bezahlen Das gleiche bietet er dem Müller an Dies bedeutet zwar, dass der Getreidepreis insgesamt leicht ansteigt aber Bauer und Müller gewinnen dadurch Planungssicherheit Diese Art Spekulant ist oft gut mit dem Nahrungsmittelmarkt vertraut und gilt allgemein als marktstabilisierend Zu den Hedgern gesellen sich weitere Spekulanten Die je nach Risikobereitschaft die Risiken und Chancen der ursprünglichen Verträge mit weiteren Futures, Forwards und anderen Mechanismen des Finanzmarktes verteilen oder vervielfachen Auf den Nahrungsmittelmärkten gab es lange Zeit relativ wenig Spekulanten Das hat sich jedoch sehr geändert Zum einen ist die Gesetzeslage während der letzten zehn Jahre zunehmend freigiebiger geworden In den USA wurde es beispielsweise Banken und Fonds erlaubt, verstärkt auf den Terminmärkten zu handeln Zum anderen, weil im Zuge der Weltwirtschaftskrise der Immobilienmarkt zusammenbrach Die Spekulanten suchten einen neuen Markt Viele von ihnen trieb es auf den der Landwirtschaft Zu diesem Andrang marktfremder Spekulanten zählen auch Hedgefonds und Indexfonds Indexfonds konzentrieren sich darauf, mit dem Kauf von riesigen Mengen Futures den physischen Markt nachzubilden Es ist allerdings anzunehmen, dass sie so die Preise nach oben treiben da sie vor allem Futures kaufen, die auf steigende Preise wetten Die viel diskutierten Hedgefonds gehen anders vor Sie spekulieren mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Strategien des Finanzmarktes um selbst bei fallenden Kursen noch Gewinne machen zu können In Europa spielt diese neue Art der Spekulation mit Futures eine wachsende Rolle Vor allem an den Börsen in Paris und London Am weitesten ist sie jedoch in den USA entwickelt Dort sank der Anteil von Produzenten, Konsumenten und Händlern an den Terminverträgen von 39% im Jahr 2000 auf 15% zu Anfang 2008 Das Verhältnis von US-Weizen-Futures zur physischen US-Weizenproduktion veränderte sich ebenfalls 2002 gab es das Elffache an Futures, 2004 das Sechzehnfache, 2007 das Dreißigfache Der Zustrom von Spekulanten führt dazu, dass immer mehr Verträge abgeschlossen werden, die nichts mehr mit den Bedingungen der Realwirtschaft zu tun haben Einige Spekulanten beginnen zur Profitgenerierung die Märkte zu manipulieren Die meisten jedoch wetten einfach nur auf die Aktionen anderer Spekulanten oder nutzen kurzfristige Tendenzen aus Somit werden kleine Preisbewegungen zu Trends Die Spekulation provoziert also Preissprünge, an denen vor allem die Spekulanten verdienen Und die preisstabilisierende Wirkung weniger Spekulanten schlägt mit der Masse ins Gegenteil um Durch den Anstieg der Spekulation mit Terminverträgen werden Nahrungsmittel immer mehr von einem Nutzwert zu einer Geldanlage Dies ist die sogenannte Finanzialisierung Die Preise werden nun immer stärker von der Wechselhaftigkeit des Finanzmarktes beeinflusst Nicht mehr von den Bedürfnissen der Menschen, Bauern und Unternehmen Die USA haben nach den schlechten Erfahrungen mit der Liberalisierung ihrer Märkte bereits begonnen, diese wieder stärker zu regulieren Es wurde beschlossen, den außerbörslichen Handel wieder an die Börse zu zwingen Positionslimits für Spekulanten zu stärken Und die Spekulanten zu verpflichten, mehr Informationen über ihre Tätigkeit zu geben In der EU wird dieses Thema jetzt ebenfalls diskutiert Die europäischen Börsen sind zurzeit unterreguliert Und die ausufernde Finanzspekulation droht weitere Blasen hervorzurufen Darum brauchen wir auch in Europa Strengere Gesetze Stärkere Handelsbegrenzungen für Spekulanten durch Preis- und Positionslimits Und eine höhere Transparenz Stärkere Handelsbegrenzungen für Spekulanten Stärkung Stärkung Vielen Dank. Vielen Dank.